Hallöchen Leute hier ist euer Sachse und ja wir spielen weiter mit Fallout 4 und Juuu wir sind in Sanctuary wir machen wir uns weiter ja ich habe meine Rüstung ausgesucht ich habe ein paar Sachen noch verkauft ähm Moment mal wollte ich was schauen weil wir haben keinen Strom deswegen bilde ich Strom Na komm machen wir sowas zack Hä was wie kein Kabel ah naja lol für Kabel brauchen wir einen Kupfer ja toll toll wunderbar also brauchen wir unbedingt einen Kupfer und wer soll hier hingehen gehen wir da Nein egal ich habe keine Rüstung genommen scheiße ich wollte die Rüstung nehmen so ich weiß nicht wie letzte Folge wie lang war die ich hoffe lang genug so unter halbe Stunde oder über halbe Stunde ein bisschen und ja jetzt weiß ich wie viel ich mache jetzt ich weiß nicht egal was ich will noch kurz machen ist ich bin da genau das ähhhhh ähhhhh voll geil ich kann nichts machen ja wo ist die hat nur wenn ich bekomme automatisch bekommen oder das muss ich nicht überhaupt lesen ich habe gedacht muss ich noch kurz so rein gehen und bekomme ich meine roboter ist da oder nicht er ist da läuft bei mir komm speichern wir weil wir sind ganz nah ich weiß nicht was uns erwartet dort gibt es irgendwas gefälliges ich sehe nichts doch jetzt sehe ich was ja hab ich gesagt insekten zu bringen allah wie viel insekten Jawohl! Wo sind die Käfer? Ich habe so viel gekillt. Oh, ok. Essen! Lele Flasche. Was haben wir da? Ich suche Schrauben. Oh! Oh! Oh, ein bisschen Muni. Ah, Wasser, aber ja, ist gut. Dafür ist schade, dafür nicht. Komm, nehmen wir die. Yo! Die haben wir. Gut. Das ist kein einziger Käfer. Was? Was war das? Äh, da. Hä? Kill, robote im Kill, Kill. Irgendwo oben. Was mache ich jetzt? Ah ja, muss ich mir Heilung geben? Sonst verreck ich schon wieder. Das will ich nicht. Juhu! Open. Achso, in Haus wahrscheinlich. Das ist kein einziger Käfer. Das ist kein einziger Käfer. Oh, noch. Ja, zu. Mir ist scheißegal. Ich mach. Ich knacke das. Nein? Noch nicht? Jawohl. Ja. 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 Moment mal, was haben wir hier? Schaltkreis, ok, wahrscheinlich brauchen wir das, das nehme ich, das nehme ich auch. Was haben wir da? Klebeband, yeah, klöpft doch. Ich brauche Schrauben. Schlimmste ist hier Schrauben, glaube ich. Ich habe noch ein paar Insekten. Ja. Muss ich vorsichtig sein? Da sehe ich schon. Noch einer ist am Leben. Ja, das kann ich nicht auf. Jawohl, heute mit das und das. Juhu, geschafft. Ja, 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 ja. Neh mich beide. Oh, du Arme. Korken, brauche ich. Was ist das? Ah, was zu essen, was zu essen. Warte, nehme ich mir 3, ja. Irgendwo sollte was fliegen. 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 Oh, flieg was. Nicht da lang. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Das Problem ist, ich sehe das nicht. Ach du Scheiße, ich hasse, ich hasse. Das ist sehr radioaktiv. Da ist er. Ich habe erledigt. Die Insektenprobleme. Ja, einfach war übertrieben viel von diesen Dingen, aber im Haus war nicht so viel. So, ich hoffe, ich habe zu was zu funken, sonst würde ich es nie so gut gelaunt. Da habe ich, ja, also wahrscheinlich hier ist. Und dann brauche ich noch was zu strommig. Jo, haben wir ja schon. Nein. Bände. Was haben wir da? Nein. 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 und jetzt gehen wir zurück zu 81 zufriedenheit würde besser wenn wir haben noch mehr zufriedenheit ich will mir machen auch ein bisschen stumm oh kristall film ja aber nämlich mache jetzt mal das wo ist der ah der ist hinten ich habe den ort gesäubert an den du mich geschickt hast und ich habe ein funkleidstrahl platziert das sind gute neuigkeiten wenn die leute erst mal ein zuhause haben werden sie auch bereit sein dafür zu kämpfen wie üblich habe ich noch was anderes um das du dich kümmern könntest eine gruppe ghoul hat sich in der nähe einer siedlung eingestellt schon wieder ich habe gehört dass eine weitere siedlung in schwierigkeiten steckt ich markiere den ort auf deiner karte kann ich was für dich tun ach du heilige scheiße wir haben jetzt drei stück gehen wir da hin wir machen nur siedlung 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 ich glaube ich mache eine kleine abwechslung ab nächster folge machen wir was anderes weil ich mache ich bekomme eine siedlung siedlung schön und gut es gibt übertrieben viele leben kurz nah war klar sagt mir einfach was los ist eine gruppe wilder ghoul er hat sich in der nähe eingenistet ein paar von ihnen machen jetzt die gegend unsicher wenn noch mehr draußen rumlaufen werden sie uns irgendwann überrennen wir brauchen jemanden der sich um sie kümmern ich bin dran ist so gut wie erledigt ich bin froh dass wir sie endlich los sind wie weit sind die hä ghoulen ah hier da muss ich da lang gehen dahin gehen die ghoulen das ist die schlimmste was konnte passieren ich mache die mission fertig und ich hoffe er werde nicht schwer ja ja voll fasziniert bin ich auch da noch da ist nichts mehr Ich glaube, der ist oben. Ja, er ist oben. Okay, was soll der Scheiß? Nichts. Ich muss ja gerne eine Schilderung haben. Ich sehe schon Geister. Ich kann nicht sehen, oder? Da kommt was raus. Nee. Kommt was, kommst du raus oder nicht? Nein. Er kommt nicht raus. Okay, das ist gut. Ich war doch hier, oder? Nee. Nein. Wow. Glück gehabt. Was ist das? Juhu. Ähm. Okay. Komm, nimm die Waffe auf. Oh, ich habe nicht verkauft. Ja, egal. Verkauf ich das nächste Mal. Weil jetzt ist Kampf um Leben und Tod. Komm. 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 ist noch was ach du scheiße das haufen nehm ich es ist geil los was habe ich da das ist das nehm ich das ich habe gedacht kommen mehr aber die sind oben noch beschäftigt das ist gut dann kann ich ein bisschen schauen muss gar nicht blöden schaffe ich nicht zu hacken ich nehme andere wache ja die ja 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 so können machen wir spaß noch oh my god ist das laut ich sehe fast nix das oben noch höher so 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 Schaufschütze. Müsste ich kurz schauen. Was kann ich wegschmeißen? Von Rüstung an. Ich muss ein bisschen mehr. Was trage ich zu viel, 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 Nein, nicht sehr ernsthaft. Das ist so eine Attrape. Toll. Ich weiß, da muss ich WR 12 Gewicht. Da muss ich es nicht. So, was haben wir noch da? Schwert, 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 schwert. Das machen wir ja raus. Stahl, Öl. Ja, okay. Das kann ich lassen. Oh, der ist zweimal. Aber wir brauchen das auch. Und was noch? Nee. Nix. Munition. Das bleibt. Iwenta. Waffen. So. Schauen wir mal. Gewicht. Uh. Acht. So. Jetzt können wir. Och nein. Äh. Wir haben noch Gegner. Scheiße. Wann kann man schneller gehen? Wieso nicht? So schnell war ich noch nie unten. Zeig ich euch. Och nein. Ich muss aufs. So. Ich muss aufs. Ich muss aufs. Ja? Ich muss aufschauen. Ich kann meinen dassel beit tasty. Ich muss auf dem Weg nehmen. Wieso kannst du da jetzt dieses Sound jetzt nicht mehr, um gottsehlich? Ja, okay, haben wir, jo, dann gehen wir da in diese andere Sintelung, da wo wir immer gehen wir, 82, also stark schon Zufriedenheit, muss ich sagen, nur, es wird besser, wenn wir ein bisschen mehr Bevölkerung bekommen, ja, das wird auch nice, die sind schon zufrieden. So, jetzt haben wir Sanctuary. Ja. Ja. Jetzt sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Sintelung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, wer sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Juhu! Ah! Fuck! Mann, ich muss was jetzt bauen oder was? Warte mal, ich mache was jetzt? Das ist okay, das hoffe ich, ist okay. Muss ich nur was bauen. Ich habe echt so ein Pech, oh ne Scheiß. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächstes Mal. Tschö!